hallo und herzlich willkommen bei red gamble ich bin heute auf die jahr nach dem ticket und heute habe ich das spiel dragon champions das gleiche haben wir gestern schon mal gespielt dann können wir weitermachen wo wir aufgehört haben ja dann schauen wir mal holen so das sind die habe ich gestern gleich noch geschaut nach den hier an der seite tagesquest dann machen wir mal den hier gewinnen 10 gewöhnliche missionen in einer beliebigen kampagne 10 missionen es wird aber schwer hat ja gestern schon ein bisschen probleme gehabt mit den kämpfen am ende am ende war es ja ganz leicht aber am ende war es schon ein bisschen knackiger und und wir können wir die wir 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 Ja doch. Das schaffe ich nur 3 Sterne. Statistik wollte ich nicht anschauen. Nur falsch gedrückt. So. 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 Oh, das ist nicht doch. Und vielleicht noch jemand dort. So, mein Hunter. Oh, das kommen noch drei. Ne, das verbiere ich. Zu den Helden. Da müssen wir wohl jemanden aufleveln. Der Panda. Ein Level? Das wird nichts bringen. So, ein Mist. Was kann ich denn jetzt noch machen? Oh, ich bin 13. Hm, das machen wir jetzt noch. Mit der kann ich was machen. Auch nur ein Level. Sehr, sehr, sehr. Ich kann schon mal mal, ob wir hier weiterkommen. Ich bin 13. Ja, wir haben noch eine Minute. Jetzt bin ich 15. Ansonsten. 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 Dann machen wir so lange mit dem Bösen weiter. Ach du. Vielleicht ist der erste Tod von mir. Ah. Zwei Sterne. So ein Mist. Das heißt bestimmt nächste oder übernächste Runde komme ich auch nicht mehr weiter. Lieber springen. Ich bin der erste Drache. Ich bin der erste Drache. Ich bin der erste Drache. Bei beiden Kampagnen komme ich nicht weiter. Schauen wir mal die Drache an. Ich bin der erste Drache. Was gibt es in dem Shop? Genau. Ein Charakter. Ja. Den habe ich. Und den habe ich. Ich brauche noch einen Bösen. Ich brauche 25 Stück. Also. Oh hier brauche ich nur 10. Nein. Die habe ich ja schon. Oder ist das die nicht? Aber den habe ich. Ich brauche noch einen Bösen. Ich brauche noch einen Bösen. Ich brauche noch einen Bösen. Die Bösen. Den habe ich. Den habe ich. Und die habe ich. Chantar. Chantar und. Chantar und. Chantar und Chantar. Chantar und Charcang granagagna. Chantar und Charcang granagagna. Drachenkröten heißen die, ok. So, jetzt hoffe ich, dass du auch ein Heiler bist. Und das wär mal jetzt hierher raus. In der Kampagne starten wir die letzte, die haben wir sowieso geschafft. Und los geht es. Aber wir haben es geschafft. Mit drei Sternen. Und der Kampagne starten wir die Kampagne starten. Aber die letzte Runde, ich denke, die schaffe ich immer noch nicht. Ich bin zu schwach. Ich glaube, ich habe den Scheiß, der den sofort kaputt. Ich bin zu schwach. 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 ein Hater gleich. Der ist vielleicht tot. Oh. So eine Mist. Dann werde ich hier auch nicht weit kommen. Oh. Oh. Drei Stellen gewöhnt. Warum den davor nicht? Hm. Das ist doch wie ein Überspringer. Auto. Keine Minute. Ja. Ja. Aufheben. Aufheben. Das ist auch drei Sterne genommen. Oh. Ne. Zwei Sterne hoch. Oh. Egal. Machen wir weiter. Ja. Dann schließe ich halt dieses Kapitel noch nicht ab. Wegen die anderen Steine. Na ja. Steigen. Ich bin gerne Sterne. Also spiel jetzt erstmal so wie ich komme. Und dann wenn meine Leute besser sind und stärker sind. Oh. Filia. Da. Oh. 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 Auch nur zwei Sterne. Noch zwei Missionen muss ich machen. Oh. Jetzt schaff Marika ikke. Pass auf. Oh. Jawoll. Wow. Plisschen knapp. Nochmal 4 Bücher gekriegt. Vielleicht kann ich ja nochmal einen aufleveln. Wär natürlich nice. Wär natürlich nice. Wär natürlich nice. Es leuchtet schon rot. Ich konnte sich nur Schuhe anziehen. Gibt schon genug Held. Die Eule ist auch böse. Gibt schon genug Held. Nein. Es bleibt bei 2 Stärken. Ehrlich. Ja. Ja. Ist er für Bücher? Ja. 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 Bücher. Dann machen wir mit den anderen von Quest weiter. Gewinne 10 gewöhnliche Missionen in einer beliebigen Kampagne. Gewinne 3 schwierige Missionen in einer Kampagne des Ordens. Gewinne 2 Herausforderungen. Oder Gewinne in 2 Herausforderungen. Kampf! Das wird er mal locker schaffen. Wir haben ein Pärchen getötet. Und dann... Besinken! 3 Sterne! Also das war der erste Kampf. Jetzt gehen wir auf Sofortbeute. 2 Mal. Fertig. Machen wir gestern nicht noch 2 hier. Ach, hier sind die. 2. 2 Mal. 4 Mal. 3 Mal. 1. 4 Mal. 5 Mal. 6 Mal. 5 Mal. 6 Mal. Sehen wir uns um das eine... Ah... Yippie... Sofortbeutel Ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger Die sehen nur so groß und schwer aus Aber sind hier doch gar nicht so stark Sofortbeutel Zwei Mal Fertig Oh, hat sich geändert die Aufstellung Hey, hier sind noch zwei Orks Ihr dürft mich nicht schlagen Nur ich darf euch schlagen Ich bin hier gar nicht fair Ich bin hier gar nicht fair Und der nächste Nein, das werde ich nicht schaffen Dann nehmen wir den hier Ich glaube, das habe ich sogar geschafft mit den zwei Ich bin mir nicht ganz sicher Aber ich glaube, das hatte ich geschafft Da waren ich auch nur zwei Gegner Ich bin sehr gespannt Ich bin ganz sicher Und der ich habe Ja, ich habe But laugel Ich bin ganz sicher Wir haben Bis zum ersten Mal Jawohl. Vielleicht schaffe ich das eine mit den Heiler auch dann. Sind das vielleicht die ganzen Heiler oder hier steht nur Heiler? Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Oh, ich gewinne. Neul. Gewonnen. Ich hätte das nicht gedacht. Aua. Gut. Hammer, die ist auch fertig. Alle fertig gemacht. Subi. Holen. Drei Gegenstände kaufen. Müssen noch zwei kaufen. Ich habe nur noch 110. Mögen wir uns hier Rüstung. Vielleicht brauchen wir ja das. Und. Da ist ein Punkt. Der brauchen wir bestimmt. Oh, Level 14. Immer noch. Ab Level 18 erst. Oh, noch drei Quäste. Oder zwei besser gesagt. Das war jetzt. Ich mache erst mal die hier. Und hier nehmen mich. Und hier nehmen mich. Nein. 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 Daran kann ich was geben. Ah, und den kann ich was geben. Noch etwas? Nee, perfekt. Dann probieren wir noch mal diese Kampagne, aber mit drei Sternen jetzt bitte. Haut doch. Jawoll. Sauber. Drei Sterne. Dann holen wir den nochmal mit drei Sternen. Und dann gehen wir wieder zu den Guten rüber. Und machen dort die drei schwierige Missionen. Jawoll. Ach, da haben wir noch zwei. Aber die sind nur tot umgefallen. Die haben wir keinen Schaden gemacht. Schiste? Sag ich doch. Perfekt. So. Jetzt gehen wir zu den Guten wiederholbar. Und wir müssen dreimal eine schwere Mission machen. Äh. Mission? Hieß Mission, ne? Und die Eule ist böse? So. Habt ihr nicht gedacht. Sieht so süß und so nett aus. Sieht auch noch hart aus. und der heilig schafft das nicht gut Jawohl. Perfekt. Ein Stern, naja, nicht perfekt, aber ein Stern, geschafft. Erfolge, jawohl, Tagesquest, habe ich die geschafft, jetzt nur noch die eine hier. Dann bin ich für heute wieder glücklich. Jetzt müssen wir, ich würde sagen, ja, verbessern den Heidel um ein Level. Na gut, die können wir auch noch verbessern um ein Level. Okay, dann geht es jetzt wieder rüber. Oh, ich habe den da voll. Gehen wir wieder zu den Orden rüber. So, und probieren gleich nochmal hin. Okay. 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 Hmmm. Die Heilerin ist wieder tot. Was ist das? Das schaffe ich nicht. Doch. Wieder einsterben. Das ist ja eine Prüfung. Ich mach mal automatisch aus. Der. Okay. 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 Nein, meine Hälterin. Okay. Das war's für heute. Okay, jetzt. Hm, ach, Spott vor die Woche. Ich glaube, ich hätte es noch geschafft mit drei Sternen. Ah, so ein Mist. Ich klicke ihn immer auf der Heide ab, das ist so gemein. Okay, aber das war's. Wir haben es geschafft. Die Tagesziele sind alle erreicht. Dann werde ich das Video jetzt hier beenden. Erfolg noch abholen. Okay. Das war's. Kann ich nur auf jeden Fall ausbauen, verbessern. Nein, geht nicht. Gut. Müde. Ja, ich bin müde. Dankeschön. Ich fülle mir jetzt mein Ticket ab und sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 .